Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute machen wir mal fünf blaue Playmobil Päckchen auf. Wir haben drei aus der Serie 4 und zwei aus der Serie 8. Wir fangen mit den vier Figurchen an und das ist ja praktisch die blaue, die Jungs-Edition und die öffnen wir jetzt mal. Ich schneide dir die auf und du holst immer raus. Ja. Und dann schauen wir mal, welche Figur sich dahinter verwirrt. Oh, das sieht nach dem Sportler aus. Guck mal, hier ist so ein ... Oh ja, da ist auch ein Bild, wie man den zusammensteckt. Das ist gut, weil sonst hätte ich es nämlich jetzt nicht gewusst. Und ich glaube, du hast den hier oben. Den Baseballspieler. So. Hält? War das so? Klasse. Da ist er, der Baseballer. So, dann machen wir mal das nächste Tütchen auf. Nee? Auch vier. Und wir brauchen, dass der nicht wieder da drin ist. Ja, du hast recht, die Nummer vier. Richtig. Oh, irgendjemanden habe ich gerade durchgeschnitten. Bitte, guck mal. Das ist jemand anders. Das ist jemand anders. Einer mit einer blauen. Ja? Ja, und mal gucken, was wir jetzt haben. Okay, die Technik ist immer die gleiche. Aber wen haben wir da? So, dann haben wir hier noch so ein, ähm, ja, was ist das? So ein außerirdischen. Und dabei haben wir noch ein extra Armschälchen. Das ist so ein, von hier oben, ich schätze mal, da haben sie sich einfach verzählt, weil ich wüsste nicht, wo das sonst hinkommt. Und Nummer drei. Nein. Also Packung Nummer drei. So, schauen wir rein. Ist wieder jemand anders, auf jeden Fall. Stimmt? Vielleicht ist das ja ein Arzt. Meinst du, das sieht eher aus wie ein Römer oder sowas. Guck mal, der hier ist das, glaube ich. Ist es weg? Den hier haben wir jetzt. Ist es weg, dein Niesen? Ist das das oder das? Der hier ist das, glaube ich. Kann er sein Schwert jetzt in der Hand halten? Oder? Ja. So. Oder er kann sein Schwert hier in... Bauch stecken. In den Bauch stecken, genau. Jetzt kommt Serie Acht. Ja. Das ist für die Mädchen. Nein, die Mädchen kommen nachher noch. Guck mal, die ist irgendwas mit einem langen Gummi. Ist das ein Feuerwehrmann? Ein langer Schlauch. Guck mal, ob du die Figur findest. Fein. So, da haben wir dieses Kärtchen hier. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was der macht. Schießt der mit Wasser? Ja. Meinst du? Gut. Letzte Tüte. Soll ich dir helfen? Oh oh. Du darfst nicht von oben so runterschmeißen, Mama. Das sieht aus wie ein Zauberer. Das sieht aus wie ein Zauberer. Oh, da ist noch mehr drin. Guck mal, ob du den Zauberer findest. Und hier haben wir auch wieder anscheinend versehentlich zweimal den Oberkörper mit dabei. Ich schätze mal, das ist ein Versehen. Vielleicht haben sie ja getrödelt. Da haben sie wirklich getrödelt. Vielleicht hat jetzt irgendeiner den Zauberer, aber dem fehlt das Oberteil. Hey, jetzt haben wir schon so viele Piloten. Das sind keine Pilotenfiguren. Hallo. Und das ist ein Zauberstab. Guck mal, und das Teil haben wir auch übrig. Am besten mal ein bisschen weiter zu dir. Dann können alle die Figürchen nochmal sehen. Das sind unsere fünf neuen Playmobil-Figuren, die wir aus den blauen Tüten geholt haben. Bist du schon startklar zum Gehen? Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. So bin ich klein und so größer. Oh, oh. Mahlzeit. Wir machen hier ein Video, da rübst man nicht so einfach in der Gegend rum. auf Hornchen. Ich liebe Gott garbage.